so heute geht es mal um ein kleines review und zwar habe ich ein magic rap bekommen das sieht so aus eingepackt packt mal aus damit sie so knistert ihr wisst wahrscheinlich nicht was das ist ich wusste es auch nicht ja ich werde erstmal nicht verraten wo es herkommt wer genau hinschaut der sieht vielleicht wo es herkommen könnte und zwar von zielfoto zielfoto betreibt der stefan wiesner hat auch einen youtube kanal solltet ihr euch mal reinziehen der bringt sehr gute videos auch viele touren und reviews über kameras neuere modelle ja es gibt aber auch alte videos von ihm wo er so die fotografie ein bisschen näher bringt einem unten den einsteigern so ein bisschen erklärt wie das alles funktioniert vor allen dingen oder zum größten teil auch was blitze betrifft also wenn ihr fragen ja wenn ihr was wissen wollt was blitze betrifft zum fotografieren über am besten blitze benutzt einfach beim stefan vorbeischauen so ich habe dieses tuch bekommen von stefan und zwar gibt es das bei ihm im shop aber er hat auch eine seite bzw die 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 zielfoto seite ist nicht nur ein shop wo es seine bücher gibt ja seine zielfoto magazine sondern auch eine große community da kann man equipment bewerten ja was man sich gekauft hat da kann man eigene stories verfassen eigene bilder hochladen und die eben als eine story eintragen und dort vorstellen jede menge zeugs und durch durch die stories und durch die equipment bewertungen und durch reviews und durch testberichte sammelt man punkte und mit diesen punkten kann man dann später was auch bei ihm einlösen soll es vorteil es gibt jede menge vorteile ich habe jetzt gesehen bei ihm im shop gab es dieses tuch als vorteil ja dadurch dass ich punkte gesammelt habe und ich habe also nur den versand bezahlt es waren glaube ich 4 euro paar 90 also nichts wildes habe ich mir das tuch schicken lassen weil mit meinen punkten habe ich eben die möglichkeit gab dieses tuch zu bekommen mit mehr punkten gibt es was anderes mit weniger punkten auch wenn was anderes müsste mal reinschauen die seite zeige ich euch ja hier im hintergrund ja jedenfalls kam dieses tüchlein an und ich bin ehrlich ich wusste erst nicht was das ist dachte erst wenn eine unterlage wo ich mein equipment aufbauen kann zum reinigen was auch immer oder ein tuch zum also laut foto saß aus wie so ein mikrofasertuch zum sauber machen halten es ist aber ziemlich groß so ja sind ungefähr 47 x 47 zentimeter und ja was kann man damit machen das zeige ich euch jetzt in dieses tuch könnt ihr eure kamera packen zum beispiel ja zu klappen und da die kamera ist hier drin es passiert nichts es fällt nichts raus weil das ist so ähnlich ja so eine funktion eines klettverschlusses ja das ist ein also ein ja ein selbst klebendes mikrofasertuch das heißt ihr könnt ihr alles reinpacken auch hier was schweres zu machen so und ich zeige es euch jetzt es hält es fällt also nichts raus und es ist sicher geschützt da wie ein klettverschluss nicht so stark wie ein klettverschluss aber es hält ja wer kann das brauchen jeder der keine fototasche mit schleppen will zum beispiel also gut wenn ich jetzt unterwegs bin wandern dann habe ich natürlich nicht immer mein tüchlein der hand sondern habe einen rucksack auf oder eine fototasche oder am gürtel hängen oder um die schulter hängen also das ist klar wenn ich jetzt längere touren machen nehme ich die nicht so mit aber ich war jetzt erst letztens wieder unterwegs und habe ein bisschen fotografiert und habe ich meine kamera mitgenommen ohne fototasche und habe die einfach so auf den rücksitz gelegt das mache ich jetzt nicht mehr ich packe demnächst meine kamera hier ein und lege sie auf den rücksitz sie ist ein wenig geschützt klar weil es ist schönes dickes material und ja ich weiß nicht ob das ob das eine panik ist für manche ist eine kamera ein gebrauchsgegenstand für mich nicht also wenn ich jetzt eine kurve fahre kriege ich schon panik wenn die kamera hinten rum rutscht und gegen den gurtverschluss kommt oder sowas ja also ich muss das nicht haben deswegen nehme ich immer gerne kameratasche aber ich würde jetzt hier einpacken das würde ich machen ja ich weiß es ist werbung für den stefan deswegen ist auch ein zielfoto hier drauf aber schlecht wäre es nicht wenn es die auch in schwarz geben würde ohne viel zielfoto drauf denn wenn ich sitzen hinten in der auf der rücksitzbank liegen habe kann man natürlich sehen was da drunter ist oder was da drin ist man kann sich denken wenn es schwarz wäre wird man ganz wird man es gar nicht sehen das ist aber wie gesagt ja gut solange man immer dabei ist und die kamera nicht im auto lässt wenn man irgendwo unterwegs ist sollte das kein problem sein man kann dieses magic web auch bekommen ohne punkte zu sammeln das heißt man kann im job im shop von stefan dieses tuch kaufen kostet so viel ich gesehen habe 39 euro zuzüglich versandkosten ja würde ich mir das kaufen für 39 euro nein ich denke nicht es gibt aber nicht wirklich etwas vergleichbares ich habe etwas ähnliches gesehen auf amazon kostet zehn euro weniger ist aber tierisch hässlich meiner meinung nach ist er so schwarz und weiß gehalten sieht aber hässlich aus also würde ich mir auch nicht kaufen schwierig schwierig zum einen die technik ist es wunderbar es ist klasse es ist dick das material ist super kann man nichts gegen sagen ist eigentlich seinen preis wert denn wir müssen ja mal dran denken der stefan möchte auch was daran verdienen logischerweise dann ziehen wir noch ab die druckerei der könnte ja weiß ich nicht in china 1 kaufen was unbedruckt ist und so weiter und so fort also vom preis her ist es gerechtfertigt ich würde es mir persönlich nicht kaufen ich kann es aber trotzdem empfehlen wer also nicht so oft eine fototasche hat man kann man kann ja auch filter da rein machen ja ist ja auch kein problem muss ja keine kamera sein es kann kamera zubehör sein was auch immer ob filter smartphone tablet kann man alles reinpacken und dann ordentlich hinten auf die rücksitzbank oder wo auch immer und es verkratzt nichts es passiert nichts und durch diesen klettverschluss technik also durch diese haftbare mikrofaser beschichtung hier hält das wunderbar ja stefan vielen dank nochmal dass du mir das zugeschickt hast das ging auch ganz flott durch die punkte einlösen und ich kann es weiterempfehlen wie gesagt aber ich würde es mir persönlich wahrscheinlich nicht kaufen aber das muss jeder für sich selber entscheiden ich bin auch keiner der sich für weiß ich nicht für 260 euro und filter kauft ja das mache ich auch nicht weil irgendwo ich bin hobby fotograf und da muss man ein bisschen aufs geld achten ja aber ihr habt natürlich die möglichkeit das ding auch günstig zu bekommen für nur die versandkosten schaut beim stefan mal vorbei meldet euch an bei der community und da könnt ihr jede menge vorteile genießen dann würde ich sagen viel spaß falls ihr sowas haben wollt einfach beim stefan reingucken und damit sagen bis bis zum nächsten mal tschüss